So, Tag Herr Rangel. Wir sitzen ja heute zum ersten Mal hier am Simulator und wollen mal ein bisschen simulieren, mal gucken, wie sich das so anfühlt, wenn man so eine Lokomotive bewegt, am Führerstand sitzt, an seinem Führerpult und sich so ein Zug in Bewegung setzt. Vom Piloten zum Lokführer. Bis vor einem Jahr saß Ronald Rangel noch im Cockpit einer Boeing 737. Doch wegen der geringen Fluggastzahlen während der Corona-Pandemie hat er seinen Job verloren. Nun schult der gebürtige Holländer um zum, so die offizielle Berufsbezeichnung, Triebwagenführer. Und einen Zug zu steuern ist gar nicht so einfach. Deshalb beginnt die Ausbildung am Simulator. Es sind viele Hebel, aber es geht noch. Im Flieger haben wir mehr Hebeln gehabt oder mehr Tasten gehabt. Aber das sind hier andere Sachen, die wir beachten müssen, als dann, dass ich gewöhnt bin und das macht es nicht schwer. Ja, aber nicht leichter. Siegfried Büttner hat erst mit 58 Jahren seinen Lokomotivführerschein gemacht. Der heute 67-Jährige ist eigentlich gelernter Speditionskaufmann und hatte in seinem Leben schon eine Menge Jobs. Doch am Ende hat er seinen Traumberuf gefunden. Heute bildet er in Hannover den Nachwuchs aus. Also man muss Verantwortungsbewusstsein haben. Das glaube ich an erster Stelle. Man muss Disziplin haben und man muss sich eben auch ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen wollen. Lokführer werden händeringend gesucht. Allein in Niedersachsen gibt es derzeit 113 freie Stellen. Eine Umschulung dauert zwölf Monate. Ein Höchstalter gibt es nicht. Bewerber sollten aber mindestens 21 Jahre alt sein und einen Schulabschluss vorweisen können. Wir haben eine Situation momentan, dass aktuell, aber auch in Zukunft es immer normaler wird, dass man in seinem Leben auch den Beruf ein, zwei, vielleicht dreimal sogar wechselt. So wie früher in der Lehre angefangen und dann mit 60 in Ruhestand gehen, das wird künftig kaum noch jemand machen. Bei erfolgreichem Abschluss beträgt das Einstiegsgehalt eines Lokführers 3.200 Euro plus Zuschläge. Verglichen mit dem Gehalt eines Piloten ist das zwar nicht viel, aber es gibt ja auch noch wichtigere Dinge als Geld. Ich habe ein bisschen geguckt nach anderen Jobs und eigentlich auch zufällig auf diesen Job gekommen und auch, dass es dann über das Arbeitsamt geht. Und ja, ich dachte, das macht mir Spaß, Peter, und ich versuche das mal. Jetzt muss Ronald Rangel nur noch die Prüfungen bestehen und dann steht einer zweiten Karriere als Lokführer nichts mehr im Wege.